Hallo, danke, dass ihr euch dieses Video anschaut. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euch auf legale, risikofreie und idiotensichere Weise einen netten Nebenverdienst schaffen könnt. Schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende an, damit ihr auch alles versteht. Zuerst macht ihr euren Browser auf und geht auf eurogrant-roulette.com. Auf der Seite klickt ihr dann hier auf den großen blauen Download-Button. Als nächstes die Datei speichern und wenn der Download abgeschlossen ist, die heruntergeladene Datei öffnen und die Installation starten. Klickt jetzt auf Fertig und die Casino-Software startet automatisch. Ihr habt hier die Wahl, entweder ihr spielt gleich um echtes Geld oder ihr klickt auf zum Spaß spielen, um unsere Strategie erst einmal ohne Risiko zu testen. Ich klicke jetzt auf um echtes Geld spielen. Ich gebe meinen Benutzernamen und Passwort ein und klicke auf Anmeldung. Wenn ihr dann angemeldet seid, geht ihr mit der Maus auf Lieblingsspiele und klickt auf Roulette Pro. Jetzt kommen wir zur Strategie. Mein Startguthaben beträgt 823 Euro. Als Einsatz wähle ich einen Euro, den ich auf rot setze. Ich drehe das Roulette. Und es kommt schwarz. Ich verliere. Daher setze ich das Doppelte, nämlich 2 Euro, auf schwarz. Ich drehe wieder das Roulette. Und es kommt schwarz. Ich habe gewonnen. Daher setze ich wieder 1 Euro auf rot. Es kommt die 0. Ich habe verloren. Ich setze jetzt das Doppelte auf schwarz, also 2 Euro, und drehe wieder das Roulette. Es kommt rot. Ich verliere und setze daher noch einmal das Doppelte, also inzwischen 4 Euro, auf rot. Ich drehe das Roulette. Es kommt rot. Ich habe gewonnen. Ich fange wieder mit schwarz an und 1 Euro. Ich drehe das Roulette. Es kommt rot. Ich verliere und setze daher das Doppelte auf rot, 2 Euro. Ihr seht, das System ist eigentlich ganz einfach. Bei Verlust verdoppeln und nach jedem Gewinn wieder mit dem Grundeinsatz anfangen. Man sollte natürlich auch etwas Geduld mitbringen, was aber bei 200 bis 300 Euro die Stunde kein Problem sein dürfte. Falls ihr es noch nicht ganz verstanden habt, zeige ich euch jetzt noch ein paar Beispiele. Ich setze 1 Euro, drehe das Roulette. Es kommt schwarz. Ich gewinne. Ich setze wieder 1 Euro auf die andere Farbe, drehe das Roulette. Es kommt schwarz. Ich verliere. Ich setze das Doppelte auf die andere Farbe, drehe das Roulette. Es kommt schwarz. Ich gewinne. Ich beginne wieder mit 1 Euro auf der anderen Farbe. Es kommt schwarz. Ich verliere. Ich setze das Doppelte auf die andere Farbe, drehe das Roulette. Es kommt rot. Ich verliere. Daher setze ich jetzt noch einmal das Doppelte, also 4 Euro auf die andere Farbe. Es kommt rot. Ich gewinne. Jetzt kommen wir noch zu ein paar wichtigen Informationen. Es kommt nur selten vor, dass man öfter als 5 Mal verdoppeln muss. Im Durchschnitt verdoppelt man maximal 2 bis 3 Mal. Dennoch solltet ihr darauf achten, dass ihr zur Sicherheit einen Einsatz wählt, mit dem man mindestens 6 Mal verdoppeln kann. Hier ist meine Empfehlung, bei welchem Startkapital ihr welchen Grundeinsatz bringen solltet. Natürlich bedeutet mehr Einsatz auch mehr Gewinn. Mein Lieblingscasino ist das Eurogran Casino. Dort kann man nämlich mit PaySafe Cards einzahlen, die es bei fast jeder Tankstelle gibt. Auszahlen lasse ich mir immer mit einem Bankcheck. So muss ich auch nirgends meine persönlichen Daten angeben, wie zum Beispiel von Kreditkarten, Bankverbindungen und so weiter. Ja, jetzt kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Methode helfen. Solange es Roulette gibt, wird auch diese Methode funktionieren. Am besten testet ihr es selbst. Ich wünsche euch noch viel Spaß.